Hallo ihr Lieben, hier ist Sylvie von Sylvis Welt und ich habe heute auch wieder ein kleines Box Opening für euch. Und zwar weiß ich jetzt schon was drin ist, ich habe es mir auch alle schon mal angeguckt, aber ich zeige es euch auch nochmal. Ich habe mich ja heute mit der Rübon Anna F. getroffen hier in Kassel. War jetzt nicht so schrecklich lang, aber wir konnten gemütlich Kaffee trinken und noch in Ruhe quatschen und das habe ich richtig, richtig genossen. Sei hier nochmal ganz, ganz lieb gegrüßt und ich habe ihr meinen Kinderwagen geschenkt und sie hat mir dafür ein total schönes Paket mitgebracht. Und das mache ich jetzt mit euch zusammen nochmal auf. Also ich zeige euch was drin ist, ich habe es schon aufgemacht. Das sind einmal zuckerzuckersüße Babyschuhe und zwar mit Rudolf drauf. Schaut mal, schaut mal, schaut mal, schaut mal, sind die nicht süß? Ich muss es nachher gleich mal anprobieren, bin schon ganz aufgeregt. Aber ich bin jetzt noch unterwegs, weil ich mich jetzt gleich noch mit meiner Mama treffe, zum Gassi gehen. Und deswegen habe ich das jetzt schon mal gemacht oder mache ich das jetzt schon mal mit euch, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. So, dann war da drin eine Packung Babylitzchen in total schönen Farben. Einmal Petrol, Weiß, Grün und Grau. Und ja, ich freue mich schon, die da anzuziehen. Den Isaac, auf dass er richtig rummatschen kann. So, dann einmal ein Packung Messie. Auf dass das Hüftgold immer mehr wird. Dann eine schöne Karte. Da steht drauf. Vielen lieben Dank nochmal für den Wagen. Ich hoffe, es passt und gefällt dir. Und dass es mir gefällt, habe ich dir ja schon gesagt. Ich bin ganz hin und weg. Zwei süße Windeln mit Maul, Wurf und Würmchen. Total süß. Dann eine Packung Feuchtücher. Kann man immer gut gebrauchen. Kann man hier genug haben. Dann ein Baby-Set. Das ist ein Baby-Nicke-Set. In auch total schönen Farben. Freue ich mich auch schon, das Isaac anzuziehen. Und last but not least, hier rutscht mir gerade alles weg. Und jetzt nach unten. Seht ihr mal hier den ganzen Holunder an der Erde. Und der Schnuller ist abgestützt. Der war nämlich auch noch halt dran. Der Schnuller. Und so diese schöne Schnuller-Kette. Mit Schnuller dazu. Und da war noch eine Schnuller-Kette drin. Die ist aber schon gar nicht mehr im Paket. Sondern. Schaut mal. Die hat Anouk schon an. Ist es nicht süß? Kleine Mausi. Die denkt sich auch störe mich nicht. So. Damit verabschiede ich mich von euch. Und freue mich jetzt noch weiter. Hier habe ich noch was vergessen. Euch unterschlagen. Ein Zauberhandlung von den Minions. So. Jetzt verabschiede ich mich glücklich. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Und bis ganz, ganz bald. Eure Sylvie. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.